Als Bub habe ich ein Buch über die Wüste verschlungen. Es hieß Unbekannte Sahara. Geschrieben hat es Laszlo Almaschi, ein Held meiner Kinderträume, der später als englischer Patient weit über alle Grenzen bekannt wurde. Mein Vater, der Kameramann, hat ihn auf einer seiner Expeditionen begleitet. Seine Aufzeichnungen führen mich in die entlegensten Gegenden der Sahara, auf die Spuren des legendären Wüstenforschers und Flugpioniers. Ich habe dir von den Briefen erzählt, die so viel Aufregung hervorgerufen haben. Irgendwann bin ich unter Almaschis Sachen auf dieses verschnürte Paket gestoßen. Briefe von einem jungen Soldaten. Von Hans. Liebesbriefe. Navigation in den weiten Territorien der Erinnerung.